Wisst ihr, was es auch auf dem Nintendo Game Boy gab? Endless Trash! Schönen guten Tag und herzlich willkommen, werte Zuschauer! Da draußen an allen möglichen Empfangsgeräten, mit dem ihr den Retro-Club hier auf Rocket Beans TV schauen könnt, ich darf selbstverständlich mal wieder euer Gregor sein. Mannigfaltige Retro-Gaming-Unterhaltung euch präsentieren, das bin ich. Da seht ihr es, da drunter geht's zu Social Media, wo auch immer. Ich hab mir sogar einen Threads-Account mal gemacht, aber ich bin zu faul, was soll's. Ab und zu kann man ja mal vorbeischauen. Aber wofür ihr nicht zu faul sein solltet, wäre das wunderbare Retro-Club-Merch, wenn wir schon dabei sind. Denn hier seht ihr es, der Link steht da noch mal geschrieben. In der Videobeschreibung ist er auch noch mal drin. Dann könnt ihr fein entswirren im Retro-Club-Look euch holen. Als auch, checkt gerne die Videobeschreibung aus, das neue Retro-Club-Buch wird in Bälde erscheinen. Gegen Sommer immer falschrum, sag ich. Aber die große Bucketlist des Gaming 100-Videospieler, die du gespielt haben musst, kommt Ende Juni raus. Ich hab's tatsächlich jetzt endlich fertig geschrieben. Ich brauche nur noch die Bilder zu finalisieren. Schön viele Screenshots werden jetzt gemacht und Bildunterschrifte oder BUs dann entsprechend geschrieben, wie wir das im Fachbereich sagen. Ich hoffe, dass euch die Zusammenstellung mundet und dass es euch so sehr gefällt, wie es die beiden ABC der Videospielebücher getan haben. Aber Thema des Tages Endless Trash. Endlich ist es wieder so weit, werden einige sagen. Andere werden sagen, endlich ist es wieder so weit. Ich freue mich doppelt so sehr. Weil bei so einem Thema kann man nur frohlocken und jauchzen. Denn wir haben's ja seit einigen Jahren bereits schon mal als kleine Sonderreihe hier, die Endless Trash-Serie hier im Retro-Club, die sich mit Spielen widmet, die seinerzeit auf Plattformen natürlich released wurden, wie dem Super Nintendo und dem Mega Drive. Wir hatten auch schon die Nintendo Wii zum Beispiel dabei, PS2 zuletzt auch, wobei ein bisschen anders gelagert hier. Allerdings, die haben sehr niedrige Wertungen bekommen. Und was ich gemacht hab, ich wollte mal sehen, was sind eigentlich die Spiele, die mitunter die niedrigsten Wertungen bekommen haben. Warum sind diese Spiele so schlecht bewertet worden? Was ist der Trash, der sich auf einer Plattform befindet? Und heute dran ist nach etlichen Monaten nach der letzten Folge der Nintendo Game Boy, das gute alte kleine Klimpergerät. Hat man die grauen Module reingetan, hat man sehr viel Spaß gehabt mit Games wie mit Tetris oder mit Super Mario Land 2 oder Zelda Link's Awakening. Aber auch für den Nintendo Game Boy gab's Endless Trash. Und da wieder ein großer Dank an die wunderbare Seite Kultboy.com, die natürlich viele der Spiele-Tests von damals, von so Zeitschriften wie der Videogames, der Maniac, der Megafun, der Enzo und wie sie da alle heißen, zusammengesammelt hat. Und ich hab mich da mal durchgeschaut. Auf dem Game Boy gibt's tatsächlich ältliche Spiele, die sehr niedrig bewertet wurden. Sehr viel dabei ist aus dem Lizenzbereich. Lizenzspiele, verschiedene Sportspiele, die es gegeben hat. Ich hab versucht, jetzt hier mal ein bisschen zu variieren, damit wir nicht nur Lizenzspiele drin haben. Aber die werden sich nicht vermeiden lassen. Ich hab euch acht Spiele rausgesucht, die progressiv dann immer niedriger werden von der Wertung. Wir gucken auf die erste Grafik. Das erste Spiel, mit dem wir uns auseinandersetzen werden, heißt Mysterium, gepublished von Asmik. Es gab den Test dazu von Anatol Locker, damals geschrieben, in der Powerplay 1191. 36% Spielspaßwertung hat er gegeben und hat unter anderem in den Test geschrieben. Abwechslung kann man bei diesem Modul mit der Lupe suchen. Öde, blöde. Hat er einmal so ein klein bisschen gereimt, der Anatol. Mysterium. Interessant, weil das Spiel war mir lange Zeit kein Begriff. Das wär wahrscheinlich etwas gewesen, was ich mir damals zugelegt hätte. Schaut euch mal da an. Ein Dungeon, ein Drache, eine dampfende Kiste so in der Mitte. Das kann ja nur was Gutes heißen. Anscheinend nicht, denn 36% zeugen davon, dass es eher in die Endless-Trash-Reihe gehört. Wir gehen aufs Ingame einmal rauf und hören die schöne Musik. Während die Musik spielt, kann ich ja ein bisschen mehr vom Test vorlesen, den wir hier haben. Das war kein allzu umfangreicher Test. 36% gab's für die Spielspaßwerte und die Musik ist schon längst vorbei jetzt hier. 24% Grafik, 46% Sound. Anatol hat geschrieben, Ärger 1, die Batterie zum Spielstand speichern wurde wegrationalisiert. Passwort gibt's keines. Ungeil für so ein RPG, das hab ich jetzt ergänzt. Ärger 2, die Grafik erinnert an übelste Ultima-1-Zeiten. Ärger 3, begegnet man einem Monster, kann man nur stupide auf die Feuertaste hemmen und hoffen, dass das Biest einem nicht zu viel Lebensenergie abzieht. Ärger 4, die Bedienung ist derart umständlich, dass man vor lauter Tastenknubbeln die Lust am Spiel verliert. Das ging ja noch okay, wäre das Spiel okay. Die Idee mit den Metallen ist ganz schmuck, aber der kann in Arbeit, der arbeitet allerdings in Arbeit aus. Abwechslung kann man bei diesem Modul mit der Lupe suchen. Öde, blöde. Was ihr an dem Test hier vielleicht schon raushören könntet, es ist ein Rollenspiel-Style-Game, ich will's nicht direkt Rollenspiel nennen. Maxis hat er anscheinend mitentwickelt in Amerika. Maxis, die natürlich auch unter anderem, die hatten doch die ganzen Sims-Spiele gemacht. Maxis ist doch die Firma von Will Wright, wenn ich mich nicht irre. Wir haben auf jeden Fall es hier im Intro mit einer A-Meise zu tun oder einer B-Meise, die uns sagt, ich bin Morder, ich pass auf das Mysterium hier auf, du musst doch ein sehr fähiger Alchemist sein, wenn Herr Metrix dich vorbeigeschickt hat, damit du diese sehr schwierige Aufgabe übernehmen kannst. Wir haben dir dann, ja, Tümpel voller Feuer gegeben, Wasser, Säure und Mercury ist Quecksilber, glaube ich, oder? War ich mich nicht irre. So, dass du transmutieren kannst, was du findest und dir schaffen kannst, was du brauchst, um das Mysterium des Mysteriums zu lösen. Das Geheimnis hinter dem Mysterium. Erlöse uns vor dem Griff des Biestes. Also, es ist ein Dungeon Crawler. Ich kann mich hier tatsächlich komplett in 3D bewegen mit dem Steuerkreuz. Schwierig wird es. Anatol hat im Test bereits die etwas umständliche Steuerung dann erwähnt. Ihr seht lauter Items, die auf dem Boden herumliegen. Ich habe die Möglichkeit, in ein Menü reinzugehen. Ich hoffe, ich mache das jetzt hier korrekt. Je nachdem, was ich hier in meinem Inventory habe oder was ich auf dem Boden befinde, Ich kann damit interagieren mit Text-Items. Zum Beispiel, da, wo ich mich befinde, ist eine Echse auf dem Boden. Ich kann mir die Echse angucken. Zum Beispiel eine Echse, die dann Augen mit Juwelen hat. Interessant, die nehme ich mal. Jetzt haben wir die Echse mitgenommen. So müssen wir gucken, dass ich aus dem Menü rausgehe. Wo ich ein bisschen verwirrt war eingangs. Wir sehen zum Beispiel vor uns die Fackel. Ich kann die Fackel jetzt noch nicht nehmen, weil wir sehen das Feld vor uns. Erst wenn ich mich einen weiterbegebe, Jetzt bin ich auf dem Feld, wo die Fackel drauf gewesen ist. Und da ist sie jetzt. Das heißt also, ich kann jetzt die Torch mitnehmen und habe sie mir gegriffen. Als auch, was haben wir? Wir stehen bei dem Pool of Fire. Da haben wir einen Block Iron. Den nehmen wir auch mal mit. Gehen wir da raus. Und da haben wir eine Schriftrolle. Die nehmen wir auch. So, wir sehen, wir haben lauter Items aufgenommen. Hier ist aber eine Tür, an der wir nicht vorbeikommen. Jetzt wird es also problematisch. Wie kommen wir da durch? Zum Glück haben wir ja die Scroll genommen, die uns einen kleinen Tipp gibt. Ich muss das auch erst mal alles rausfinden, Leute. Also, kein Wunder, wenn ihr das zum ersten Mal spielt, dass ihr es nicht dann direkt ermittelt. Item not usable now, okay. Ach, look at. Entschuldigung, nicht use. Look at Scroll. Heize das Eisen im Feuer und es wird zu einem gläsernen Schlüssel werden. Okay, das bedeutet also, ich muss zum Pool of Fire, bei dem wir jetzt sind, deshalb steht der Text da unten. Und ich muss das Eisen, was wir gefunden haben, droppen. Und es verwandelt sich, es transmutiert. Das hat uns dann die Ameise am Anfang gesagt, zu einem gläsernen Schlüssel. Das heißt, wir können Sachen verwandeln lassen. Bevor wir weitergehen, wichtig wird es aber, wobei es ist schon, ihr seht da oben, das W bedeutet, dass es ausgerüstet ist. Starve. Das ist meine Angriffsmöglichkeit, die ich habe. Damit wir uns der Gegner erwehren können, die hier sind. Ich benutze den Glass Key und jetzt hat er die Tür geöffnet. Sehr hilfreich übrigens, dass ihr sitzt direkt oben neben meiner Lebens- und Energieanzeige. Es zeigt mir an, in welche Richtung ich gucke im Labyrinth. Sehr hilfreich, das haben viele Games, die dann entsprechend solche Labyrinth-Games gewesen sind, in der Vergangenheit nicht gehabt. Wir nehmen mal alles mit, wie diese Rose. Habe ich hier mitgenommen? Get. Get the Rose. Okay. Wir bewegen uns da weiter. Ich habe ganz gerne Dungeon-Crawler auch ... Oh, warte mal. Wir haben hier einen Gegner. Oh, schnell wegbewegen, einmal kurz. Was wir hier nämlich machen müssen, ist den Angriffsmodus aktivieren. Aim. Und dann kann ich ... Ja, ich versuche jetzt mal zu überleben. Ich kann mit der B-Taste den Angriffsmodus aktivieren. Dann sorgt nämlich das Steuerkreuz dafür, dass ich mich nicht mehr nach links und rechts drehen kann, sondern ich kann mich nach vorne und hinten bewegen, aber ich kann nach links und rechts quasi zielen. Und mit Druck auf die A-Taste kann ich einen Gegner so ins Visier nehmen. Das meint der Anatol mit vorwegen. Es werden so Drückspiele dann draus. Ich habe trotzdem Energie verloren, obwohl ich den Gegner richtig ins Visier genommen habe. Bisschen actionbasierter natürlich für so einen Dungeon-Crawler. Keine rundenbasierten Kämpfe, wie man es sonst gewöhnt wäre. Ich nehme mir mal den roten Schlüssel hier. Aber um den Punkt mal auszuführen, ich habe solche Dungeon-Crawler ganz gerne gespielt. Nicht nur die Ultimas, die ich auf dem C64 hatte, sondern auch Shining in the Darkness auf dem Sega Mega Drive hat mir sehr viel Fun gemacht. Und ganz ehrlich, ich verstehe schon, was Anatol damit meinte. Und ich habe es jetzt nicht so lange gespielt, um das vernünftig zu beurteilen. Aber mir macht es irgendwie Spaß, muss ich sagen. Also, wenn man jetzt nicht in Labyrinthe dann reingerät, wo es wirklich dann super anstrengend wird, und du tatsächlich vom Zufall abhängig wirst, ob du die Gegner vernünftig besiegen kannst. Nächstes Rätsel wäre so, dass ich das Eisen ins Wasser fallen lassen muss, um den Schlüssel oder was auch immer das Item zu transmutieren. Drop Iron in Water. It changes too. Was wird da draus? Ein Celidonia Herb. Was ist das? Celidonia Herb. Auf Night Vision. Transmute Conditioned Stable Base Material Iron. Okay, also damit haben wir wahrscheinlich Nachtsichtmöglichkeit, wenn es irgendwann mal dunkel hier wird. Ich finde das echt gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Also, die 36 Prozent hätte ich jetzt direkt nicht so nachvollziehen können. Aber, falls ihr das Game damals gespielt habt und natürlich mehr Erfahrung darin habt, würde ich natürlich sagen, ob das vielleicht so eine verfrühte Meinung ist und ist trotzdem relativ nervig. Oh, my torch is low. Jetzt, oh, shit, jetzt passiert sowas hier. Moment, äh, aim. So, hauen wir den hier mal dran. Natürlich wird es problematisch, die Torch, die wir aufgenommen haben, äh, wir hatten aber auch schon eine, die in ... Ich meine, wir haben zwei Torches. Ihr seht, wenn mir das Licht langsam ausgeht, wird das Bild auch weicher. Das heißt, irgendwann mal, ähm, wenn die Torch ausgeht, weil wir ja in dunklen Dungeon sind und das nicht da heller leuchtet ist, müssen wir dann nach und nach immer neue, äh, äh, Torches, dann neue Fackeln. Haben wir das mitgenommen, ja. Neue Fackeln dann, äh, anmachen. Das wird natürlich auch zu einem, äh, warte mal, aiming. So, draufzimmern. So gut es geht. Nein, hier ist er, hier ist er. Zimmer, Zimmer, Zimmer. Meine halbe Energie ist auch schon weg hier. Also wird es vielleicht dann doch nerviger, je weiter man spielt. Natürlich muss man mit der Steuerung und so weiter zurechtkommen. Äh, warte mal, ist da ein Gegner hinter mir? Natürlich ist ein Gegner hinter mir. So. Mal kurz gucken, welcher Schlüssel durch diese Tür passt, weil ansonsten beschäftigen wir uns mit dem Spiel auch hier zu lange. Aber ich finde, hier ist der Test vielleicht ein kleines bisschen übertrieben, aber Anatol hat es natürlich, ähm, damals wesentlich länger gespielt als ich. Okay, der Black Key ist es nicht. Der Red Key ist es. Der Torch ist low. Jetzt könnten wir hier durch. Oh, es geht noch weiter. Und dann haben wir den Full of Fire. Okay, lasst uns mal an dieser Stelle aussteigen, weil hier würden wir natürlich probieren und machen und rumadventuren. 36 Prozent? Ja, ne, ich muss es mal länger spielen und schauen, ob das so gerechtfertigt ist. Ich würde das vielleicht sogar unter durchaus Geheimtipp einordnen. Mal gucken. Hoffentlich gefällt es mir dann besser. Wir gucken auf die nächste Grafik drauf. Und das nächste Spiel hat eine Wertung von 35 Prozent bekommen. Also einen Prozentpunkt weniger als bei, äh, Mysterium. Super Chase HQ, ein alter Arcade-Klassiker, der hier in einer Gameboy-Portierung umgesetzt wurde. Getestet in der Videogames 1.95 von Dirk Sauer, der unter anderem seine 35 Prozent damit gerechtfertigt hat, äh, mit der Aussage, die Level sehen fast alle gleich aus. Kunststück, da auf allen Strecken fast nur gerade ausgefahren wird. Punkt, Punkt, Punkt. Natürlich mehr Content im Review. Völlig sinnlos. Bloß nicht kaufen. Ähm, ich bin super Chase, äh, oder allgemein Chase, äh, Chase HQ, was für ein Name, nicht unbedingt abgeneigt. Ähm, also gerade solche Rennspiele auch auf dem Gameboy hab ich die durchaus ganz gerne gespielt. Ähm, wir können aufs Ingame gerne raufgehen. Taito, natürlich eine bekannte Firma. Wie ihr das gemacht habt, der Test ist hier so ein zweizeiliger, der keinen richtigen Fazitkasten hat. Ich hab also die Quote für euch hier rausgezogen. Völlig sinnlos, bloß nicht kaufen. Wir werden gleich mal sehen, es gab, äh, für Musik 30 Prozent, Soundeffekte 22 Prozent, Grafik 42 Prozent, Spielspaß 35 hier. Äh, Super Chase HQ, Chase, Chase HQ. Ging meist, äh, damit, dass man, äh, Verbrecher verfolgt hat. Dann hast du ein bisschen so Outrun-Style oder Red Racer-Style, ähm, äh, dann die Autos verfolgt. Und, äh, musstest auch ein Turbo zuschalten. Hallo, hier ist Nancy aus dem HQ. Nochmal werde ich es nicht sagen. Äh, der Verdächtige, der den, ähm, Juwelierladen, äh, ausgeraubt hat, ist unterwegs da. So sieht sein Auto aus. Jetzt müssen wir hier mit unserem Turbolader, ähm, volle Pulle durchheizen und hoffen, dass wir den kriegen können. Es hängt alles natürlich davon ab, okay, jetzt habe ich den Turbo angemacht, das ist natürlich nicht so geil, wie viel du hier anstellen kannst, was ein bisschen schwieriger wird. Also dadurch, ähm, dass du hier natürlich nicht so viel, jetzt bin ich an dem Item vorbeigegangen, ähm, dass du natürlich nicht so viel dich, äh, zu sehr konzentrieren musst, ähm, darauf, wie der Streckenverlauf ist. Du wirst natürlich eine möglichst hohe Geschwindigkeit haben. Ab und zu gibt's hier mal so Streckenteilungen wie bei Outrun, dass wir hier zum Beispiel auf die linke Seite gehen. Und, ähm, das sind Fässer, an denen ich vorbeifahren muss. Äh, es soll mehr so eine Art Reaktionsspiel sein, dass du dich, ähm, wie bei diesen alten LCD-Games, wenn ihr die noch kennt, sowas hatte ich auch damals, wo man so die, äh, Straßenseite sich ausruhen muss, links, Mitte oder rechts und dann Autos und anderen Sachen ausweichen. So ein bisschen soll das das Äquivalent sein. Grafisch sieht's gar nicht mal so, scheiße, jetzt bin ich voll in die Öllache gefahren, äh, grafisch sieht's gar nicht mal so, so schlecht, so beschissen aus. Äh, es könnte auf dem Gameboy noch viel hakeliger sein. Die Geschwindigkeit ist nicht schlecht. Und so, aber ich seh schon, was, was, äh, der Dirk im Test, äh, dann auch hier meint. Äh, wenn viel gerade ausgefahren wird und ihr seht, äh, oben rechts der, die Messung, die Distanz, die ich zum Gegner hier habe. Ich meine, wenn ich nah dran bin, musste ich reinrahmen ins Auto. Wir werden's gleich sehen. Wir haben den gleich erreicht. Mein Zeit, wobei, oh, mein Zeitlimit sieht nicht besonders gut aus. So, jetzt haben wir ihn aber. Oh, und das ist natürlich geil. Jetzt zimmern wir rein. Äh, jetzt ist zum Glück mein, mein Counter wieder hochgegangen, was die Zeit angeht. Damage haben wir fast voll gemacht und ihr hört jetzt auch die wunderschöne Sirene, die absolut, gar nicht auf die Nerven geht. So, gleich haben wir wehen. Komm, Damage voll. So, wir haben ihn erwischt und da haben wir ihn anhalten lassen können. Bedeutet, wir haben Gacha ihn eingeknastet, hat uns Punkte gebracht, 72.858 derer. Und das heißt, jetzt kommt der nächste Verdächtige und ich kann mich hier noch mal andere Parts aussuchen, wie soll ich bremsen. Ich kann mir mit den verdienten Items hier noch mal bessere Upgrades dann leisten, damit's hier besser weitergeht. Und ihr wisst, wie solche Spiele dann funktionieren. Äh, ja. Genug auch davon gesehen, weil so viel mehr bietet auch Superchase HQ nicht. Das Ding ist es, Gameboy spielt zu der damaligen Zeit, man musste schon zurechtkommen, dass man nicht viel Content mit manchen Spielen herbekommt. Manchmal hat es einfach nur das Gameplay ausgemacht, wie sehr man sich in so ein Game dann fallen lassen kann. Und wer sich nicht auf diese Gameplay-Loop einlässt, dass man immer den Autos hinterherjagt, Upgrade und den ganzen Schüssel da macht, äh, bedeutet also, äh, ja, wenn du nicht da einen Ansatz gefunden hast, hast du einfach mal deine fünf Minuten Spaß gehabt und das war's dann mit dem Spiel. Und das erklärt dann auch die 35 Prozent, die wir hier bekommen. Äh, Preis ab 60 D-Mark. 30 Euro, also knapp. Gameboy-Spiele konnten zwischen 50 bis 70 D-Mark sein. In den meisten Fällen Nintendo hat sie für 50 verkauft, in späteren Zeiten aber auch gerne mal 70 direkt ausgeben. Ist nicht super günstig, muss man sagen, für das, was man geboten bekommt. Ähm, gucken wir aufs nächste Bild drauf. Und, äh, das nächste Spiel hat 30 Prozent bekommen. King of the Zoo hieß es in Europa. Penguin Wars, äh, Wars, der Pinguinkrieg, müsste der japanische Name gewesen sein. Den Test gab's in der Videogames 1.91. Der, äh, geschätzte Heinrich Lenhardt hat am Test gesessen für die Videogames und hat unter anderem gesagt, allenfalls kleine Kinder dürfen an dem harmlos läppischen Kugelschubsen ihren Spaß haben. Der reifere Gameboy-Spieler fühlt sich aber unterfordert, wenn man ein reiferer Gameboy-Spieler denn ist. Ähm, ja. King of the Zoo, lass mich das einmal kurz einstellen, dass wir hier kurz reinschauen. King of the Zoo ist, äh, ein sehr simples Game. Das habt ihr anhand des Testes ja schon gesehen. Wie gesagt, Penguin Wars, der Name. Konami müsste eigentlich drangesessen sein bei dem Game, obwohl ASCII-Korb jetzt hier rausgeholt. 85, das originale Konzept. Selbstwertlaufende Demo läuft jetzt hier wahrscheinlich gerade. Der Pinguin läuft dann nett durch. Wir gucken noch mal in den Testreihen. Ich lese euch mal den Fazitkasten komplett vor von Heinrich. Äh, nach dieser Menagerie kreht bald kein Hahn mehr. Das Spielprinzip ist so simpel, dass nach spätestens zehn Minuten die ersten Gegner nicht zu unterdrücken sind. Vor allem im Duell gegen die Computergegner droht der rasche Schnarch-Overkill. Ball nehmen, einem anderen Ball ausweichen, Ball werfen, und damit lockt man keinen Pinguin hinter dem Igloo hervor. Allenfalls kleine Kinder dürfen an dem harmlos läppischen Kugelschips in ihren Spaß haben. Der reifere Gameboy-Spieler fühlt sich unterfordert. 36% Grafik, äh, 54%, 54% Musik und 27% die Soundeffekte, 30% Spielspaß. Ähm, so ein bisschen Völkerball ist es, das eigentliche Game. Unser Gegner ist jetzt, äh, der, das Rabbit hier und ich bin der Pinguin da unten. Ich muss Bälle nehmen und die dann, äh, auf die andere Seite werfen und nach möglicher Versuch natürlich den Gegner damit abzuschießen. Aber im Grunde, das Spiel ist vorbei, wenn ich alle meine Bälle, ah, jetzt hat er mich einmal erwischt, wenn ein Charakter alle seine Bälle auf die andere Seite gepackt hat, wie ich hier, hab ich's geschafft, wurde einmal für mich entschieden, Perfect Game, ich habe ein Spiel gewonnen, äh, das ist das Spiel. No, andere Gegner kommen hinzu, aber im Grunde geht's darum, dass man die Bälle sich entgegenwirft. Immerhin, man kann sagen, es hat eine recht dynamische Engine in der Richtung, guck mal, die Bälle können aufeinandertreffen, man muss also sich nicht nur aufs Ausweichen beschränken, sondern es hat schon fast so ein bisschen, äh, Breakout-Charakter, dass man die Bälle auch, äh, dann anders, äh, draufhauen kann, aber in den ersten Level werden natürlich auch gut mit Button-Mashing hier vorankommen. Schwierig auch in der Hinsicht zu beurteilen, das Ding wirkt natürlich verglichen mit dem Chase H2, was wir gesehen haben, noch ein bisschen, äh, simpler, aber hier könnte ja die typische Gameplay-Loop euch Spaß machen. Es ist auch für zwei Spieler geeignet, es müsste also eher, äh, in Richtung auch, ähm, Link-Kabel dann gehen. So, Bonus-Game, machen wir das hier erstmal. Hier müssen wir natürlich wahrscheinlich geschwindigkeitstechnisch, wie viel, oh, da bleibt noch einer übrig, da, da kommen die Bälle hier raus. Wir müssen schauen, wie viele Bälle wir schaffen, bis es, äh, die Zeit dann vorbei ist. Äh, wenn man genug da rausholen kann aus dem Spielprinzip, äh, ah, ne, vielleicht darf ich den Gegner nicht treffen, ne, okay, das war nicht so gut. Steh mal auf, mein Pinguin. Okay, also das ist eher einer und dann ist er weg und dann haben wir, wie viel haben wir? 27 Bälle rübergebracht? You're an excellent player, you're awarded ordentlich Punkte. Äh, wenn man im Multiplayer da spielt, könnte das natürlich, oder gegen Kühe und, und Hasen oder so gerne spielen, das könnte vielleicht doch etwas sein, wo man ein bisschen was für sich rausholen kann. Das ist, wie gesagt, auch eigentlich ein älteres Spiel. Man hat gesehen, Copyright 85, es reicht mit Penguin Wars. So viel brauchen wir jetzt nicht davon sehen. Wenn ihr dafür 50 DM ausgegeben habt, dann wird's natürlich ein bisschen kritischer, ne, so für die Sammlung, aber nicht unnett, wenn ich nicht jetzt unbedingt 50 DM dafür hätte ausgeben müssen. Gehen wir aufs nächste Bild einmal rauf und wir befinden uns bei dem ersten Lizenzspiel. Ich hab ja gesagt, wir werden nicht umhinkommen mit Lizenzspielen, ähm, dann, äh, uns zu beschäftigen und das tut ein kleines bisschen bei mir in der Seele weh. Ich hab's recht häufig in den Grabbelkisten gesehen und zum Glück nie mitgenommen. Ultra Games ist tatsächlich ein Label von Konami, die ist gepublischt. Da haben 26% für Star Trek The 25th Anniversary zu 25 Jahren Star Trek, Anfang der 90er, glaub 91 müsste es soweit gewesen sein. Das 25-Jährige Jubiläum gab's etliche Videospiele, ein paar nette Adventures, als auch diesen Shooter für den Nintendo Gameboy, äh, getestet von Julian Eggebrecht. Ja, der Julian Eggebrecht von Factor 5, der hat unter anderem auch für die Videogames-Tests geschrieben damals, ähm, und hat zu dem Spiel geschrieben, selbst hartgesottene Tester greifen angesichts der spielerischen Einöde schnell zum Ausschalter. Mensch, Julian, ja, da muss es dir aber wirklich schön langweilig gewesen sein. Ähm, wir sehen hier, hören wir auch die Musik? da hat aber, da hat Captain Kirk aber auch nicht Bohnensuppe gegessen, so klingt das ein bisschen. Popo! Ja, jetzt gespannt, wie, wie weit das geht. Bisschen geileser Show natürlich, dass die Musik kommt. Äh, während wir diese wunderbare Bohnen-Intonation hören des Star Trek, äh, The Original Series Themes, lese ich kurz den Test vor. 46 Prozent, 56 Prozent Grafik, 14 Prozent für Musik, 19 Prozent für Soundeffekte, 26 Prozent Spielspaß. Julian hat geschrieben, unverständlich, wie die Interplay-Programmierer aus einem so dankbaren Thema eine derartige Schlaftablette machen konnten. Das Grundkonzept, eifriges Weltraumkartenlesen und viel Action, wird durch die katastrophal langweiligen Actionsequenzen und den zu hohen Schwierigkeitsgrad völlig zerstört. Lächerlich langsam quält sich das stolze Raumschiff durch die ewig wieder, äh, durch ewig wiederholende Welträume und schießt auf endlose Asteroidenschwärme. Selbst hartgesottene Tester greifen angesichts der spielerischen Einhöhle schnell zum Ausschalter. Captain Kirk und seine Mannen hätten wahrlich Besseres verdient. Ich hätte eigentlich auch Besseres verdient. Ich hätte lieber ein gutes Star Trek-Spiel für den Game Boy gehabt. Es gab eine Handvoll gute Star Trek-Spiele. Ich weiß nicht, inwiefern, ey, von Visual Concepts gemacht, Produced by Interplay. Visual Concepts, die gibt's heute noch. Die machen heute noch gute Spiele. Damals noch nicht so ganz. 1991 rausgekommen. Ähm, von dem Tresse wäre's eventuell. Also, ich hätte einige Star Trek-Spiele, die ich auch länger gespielt habe, die ich euch gerne zeigen will. Es ist leider auch viel Crap dabei. Unter anderem das hier. Aber wäre vielleicht mal was für ein Special. Ähm, ich grüße Sie, Captain Kirk. Ähm, die Herausforderung, die, äh, sich Ihnen entgegenstellen wird, hat, äh, schwerwiegende Konsequenzen für die Zukunft der Galaxis. Eine gigantische Maschine namens die Doomsday-Maschine ist nun im Weltraum und, äh, bedroht ganze Welten. Man weiß nicht, wo sie hingehen. Äh, wir haben sie vor fünf Monaten entdeckt, als, äh, unsere Föderations, äh, Ingenieure Bruttomaterie-Fusion-Disruptoren gemacht haben. Ein neues, spezielles Gerät, das diese gigantische Maschine, aufhalten kann. Gerade, als der Planetenkiller in den Raum der Föderation eingedrungen ist, äh, wurde gerade ein funktionaler Disruptor, also, dass wir schön ballern können, auf die USS Ente, äh, Excalibur, Entschuldigung, ähm, dann eingebaut und zum Sektor Alpha 9 gebracht, um, äh, die Bedrohung zu konfrontieren. Aber die Klingonen haben, ähm, Bescheid oder haben herausgefunden, dass, äh, der Disruptor existiert und haben Angst, dass er gegen ihr Imperium eingesetzt wird. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn die Föderation so eine gefährliche Waffe hat, ich kann die Klingonen schon ein bisschen verstehen, und haben, ähm, die Excalibur abgefangen und den Disruptor gestohlen und haben dadurch unzählige Welten, Story ist wirklich extra lang, unzählige Welten zur Verdammnis, äh, damit, äh, verurteilt. Ähm, und, äh, wir haben, ich versuche das mal abzukürzen, bevor wir noch den ganzen Text und anhören, dann, okay, ähm, die Klingonen haben sicherheitshalber den Disruptor auseinandergebaut, deshalb müssen wir den erstmal finden, um die Doomsteam-Machine aufzuhalten, das heißt, wir müssen erstmal durch uns Klingonen kämpfen. Zwölf Teile auf drei separaten Welten sind jetzt vorhanden, die müssen wir erstmal finden. Wir müssen den Disruptor dann ausfindig machen und den Planetenkiller aufhalten. Ähm, unsere Berichte sagen, äh, das Planet Neural in Generated Navigation Map irgendwo da ist. Wie auch immer. Wir sind auf der Karte hier und wir müssen natürlich erstmal finden, wo wir überhaupt sind oder wo wir hinwollen. Das hier war falsch. Wir sind in ein Asteroidenfeld geraten, okay. Ähm, das ist das Spiel jetzt hier. Ich kann mit der Enterprise normal mit, äh, meinen Phasern hier, äh, ballern und ich hab noch Photonentorpedos hier, die ich wie so ein Spreadshot machen kann, der leider nicht allzu, äh, dann, äh, ja, hilfreich, also nicht allzu weit spreadet, aber auch nicht zu viel, äh, dann wegmacht. Äh, ja, wenn ich bei den Klingonen gelandet wäre, hier hab ich noch einen kleinen Warp bekommen, wo ich den Level abkürze. Hier muss ich einfach aufpassen, nicht getroffen werden von den Asteroiden, mich hier durcharbeiten und, ähm, schön dann immer ballern und zimmern. Ja, schade, als ein Unterlevel, wenn's so ein Part wäre in einem größeren Spiel, oh, wir sind jetzt auf Anflug auf, Planet schieß mich tot, äh, jetzt hast du diese Sequenz kurz beim Anflug, äh, Käpt'n, Käpt'n, wir sind in einen Asteroidengürtel geraten, äh, wenn das so nach Chekhov ungefähr klingen sollte, das hätte ich dann noch verstanden, aber es ist das ganze Game eben hier, ne, und die haben's natürlich erklärt mit der Doomsday-Maschine, ich mein, es ist ja, das ist ja eine Folge von der originalen Serie der Doomsday-Maschine, ne, wahrscheinlich so den, den Plot direkt übernommen, dass sie hier das Videospiel draus machen, ähm, interessant, hier zum Beispiel, ich drücke jetzt nichts gerade, aber ich werde nach oben gezogen, so Gravitation von Sternen, zählt hier auch nochmal mit rein, dass man beim Ausweichen, ja, komm, nehmen wir mal einen Photonentorpedo, so, guck mal, ah, haben wir schön den Weg geklärt hier, ansonsten wird nur geballert hier die ganze Zeit nach vorne, äh, achtet mal unten auf die, auf die Level-Anzeige, ich bin gerade mal die Hälfte durch diesen Level durch, nom, äh, die denken schon dran, so ein paar, äh, Annehmigkeiten reinzutun, und ey, ungeil, dass ich hier einfach nach dem, nach dem Warp direkt, äh, mit irgendwas zusammenstoße, also hier zu Beginn ist es noch easy in der Hinsicht, ich bin jetzt vergleichsweise weit, aber hab noch einiges mit meinen Schilden hier über, du musst echt wirklich ein mega hartgesottener Star Trek-Fan sein, um das, äh, ertragen zu können, ich bin ein hartgesottener Star Trek-Fan, und so richtig geil ertragen kann ich es nicht, ich könnte es ein bisschen beschleunigen, wenn ich es ein bisschen riskanter machen würde, indem ich in den vorderen Bereich des Levels gehe, also ich halte jetzt mal das Steuerkreuz auch nach rechts gedrückt, und, ähm, ihr, ihr seht es eventuell, es ist ein bisschen schneller, scheiße, und der Planet zieht mich da oben auch an, aber meine Schilde werden natürlich auch umso mehr in Mitleidenschaft gezogen, wenn ich nach hinten gehe, würde ich mal schätzen, dass es dann umso langsamer ist, aber, so richtig rentiert sich ich das nicht ganz ehrlich, weil dann dauert es umso länger, bis ich den Level hier durch habe, ich hoffe mal, wir haben noch zwei Fortunen-Torpedos, ich zimmer mal durch, ein bisschen Schilde haben wir noch, dass wir das Ende hier mal sehen, äh, Julian, ich bin bei dir, 26 Prozent, durchaus gerechtfertigt, wir müssen mal gucken, was die dann dafür haben wollten, zu dem 25-jährigen Jubiläum das Adventure, eben, das war so ein Point-and-Click-artiges Adventure für Amiga und PC, was es damals gegeben hat, zwei sogar, wobei das eine war zum 25-jährigen Jubiläum und eins ist ein bisschen später erschienen, äh, nicht unehnlich zu Final Unity mit Star Trek Next Generation, wenn ihr das mal auf dem PC gespielt habt, äh, meine favorisierten Games, ich hab's hier vielleicht auf dem Sender, ich bin abgestoßen auf dem Planeten, war's das? Das war's, oder? Oh, ich muss wieder am Anfang, nee, nee, level mal hier nicht nochmal am Anfang, das reicht, mein favorisiertes, ich mach hier auf Pause, damit die Enterprise nicht kaputt geht, äh, mein favorisiertes Spiel oder einige meiner favorisierten Spiele sind die Elite Wars, die Ego-Shooter, die hab ich auch hier auf dem Sender ja mal gezeigt und, ähm, das ist eigentlich schon ganz schön gut, muss ich sagen, auch wenn die mittlerweile recht veraltet sind, diesen Kram, kann man sich leider nicht mehr geben, mit 26%, ähm, lass uns ne kurze Pause machen und, äh, ein bisschen durchschnauben, ein bisschen Palette-Cleanser mal die Geschmacksknospen reinigen, damit wir bereit sind für noch mehr Game Boy Endless Trash. Bis gleich. Da sind wir aus der Pause zurück, ich hoffe, ihr seid bereit für noch mehr Nintendo Game Boy Endless Trash, es ging schon in die echt niedrigen Werderungsregionen. Ich glaub, mit den letzten Spielen sind wir bei den 26% Spielspaß gelandet für Star Trek The 25th Anniversary. Ich hab's euch gesagt, wir werden nicht ganz an Lizenzspielen vorbeikommen. Wenn ich wollte, könnten wir alles mit Lizenzspielen füllen. Nichtsdestotrotz, wir schauen uns auch ein bisschen andere Games an und gucken auf das nächste Bild rauf. Das nächste Spiel hat ebenfalls eine Werbung von 26% bekommen, wie das Star Trek Game. Allerdings handelt es sich um Viking Child The Prophecy One ist der Untertitel. Seht ihr auf der Verpackung da auch nochmal. Den Test gab's in der Videogames 8 1994. Wolfgang Schädle hat den Test geschrieben und schrieb unter anderem dazu, überflüssig wie ein Game Boy ohne Feuerknöpfe, trotz Bonusgegenständen und unterirdischen Passagen besitzt Prophecy nichts, was es einer Kaufempfehlung würdig machen würde. Würdig machen würde. Ich hätte es vielleicht ein bisschen anders formuliert. Da ist so viel wie und ü und würde und sowas mit dabei. Würden wir vielleicht bei Viking Child nicht so häufig entsprechend dabei haben. Viking Child ein Jump'n'Run, was damals auf dem Game Boy rausgekommen ist und auch auf anderen Plattformen. Es müsste auch ein Linkstitel oder ein Game Boy, äh, ein Game Gear Titel und so weiter. Hier, Game Check präsentiert, Prophecy da drauf. Wir hören die funky Musik, werden wir hier den Titelscreen sehen, während was zeigt uns da also das Viking Child kämpft gegen einen Drachen und hinten zeigt uns ein Pilz den Vogel oder so. Auf jeden Fall, ja, oder er feiert uns an. Also entweder sagt der Drache, futter ihn mal, ich kann dir nicht ausstehen oder er sagt, hier komm Viking Child, mach mal was. Äh, mit dieser Szenerie will ich einmal euch kurz nochmal den, äh, Fazitkasten vorlesen. Grafik kriegt sie übrigens 63%, also echt gar nicht mal so schlecht. Äh, Musik 35%, Soundeffekte 20%, Spielspaß 26%, übrigens der Preis hier circa 80 D-Mark damals und Star Trek wäre bei 70 D-Mark gewesen. 80 D-Mark dafür, holy shit, als Import aber, dementsprechend hat das einiges gekostet, Jam. überflüssig wie ein Game Boy ohne Feuerknöpfe, trotz netter Grafik, trotz Bonusgegenständen und unterirdischen Passagen besitzt Prophecy nichts, was es einer Kaufempfehlung würdig machen würde. Die unfaire Sprite-Abfrage treibt jeden Spieler frühestens nach ein paar Minuten in den grenzenlosen Wahnsinn. Zieht man außerdem in Betracht, dass Prophecy weder mit rasanter Action noch mit kniffligen Geschicklichkeitstests aufwartet, ist das Urteil schon gefällt. Wer sich tödlich langweilt und das Modul auf einem Sonderpreis Ramschhaufen im Kaufhaus erblickt, darf zugreifen. Ansonsten findet sich mit Leichtigkeit ein anderes Game des gleichen Genres, was einiges mehr an Spielwitz zu bieten hat. Geschrieben von S. Golding, weil man braucht einen Autor auf jeden Fall. Dafür vielleicht ist aber auch das Spiel selber gemeint. Wir starten das Spiel. Get ready. Ich bin ein Viking-Child. Ich springe herum. Es ist ein Jump'Run. Wir sind in Odins Welt natürlich, in den Westernländern dabei. Und da ist das Viking-Child. Da sehen wir ihn. An irgendwas erinnert mich der Sprite. Und die Musik selber. Die Musik ist nicht schlecht, würde ich jetzt sagen. Die hat 35 Prozent bekommen, aber ist das so ein bisschen so Last-Nin-Ya-Style oder so mit dem Instrument? Hört sich so fast schon so an. Egal, wahrscheinlich wird die Alben sowieso komplett auf die Nerven gehen nach einiger Zeit. Da hat sie nicht umsonst ihre 35 Prozent bekommen. Ich kann mit dem Viking-Child hier springen. Ihr seht auch, wie seine Frise nochmal in der Wanne... Oh, die Gegner respawnen dann auch hier. Man muss natürlich aufpassen mit der Kollisionsauffrage. Hier sehr kleines Schwert, mit dem man hier haut. Ich kann mich in der Luft bewegen und das ist weird. Wenn ich in größerem Abstand falle, Gott, das ist jetzt echt fies, in größerem Abstand falle, dann verwandelt sich mein Charakter-Sprite in irgend so ein Hampelmännchen. Ey, was ist das? Lass mich doch mal... Holy Shit. Okay, komm ich hier... Kann ich über den Gegner rüberspringen? Alter. Das macht's natürlich alles umso schwieriger und natürlich ist hier nichts. Komplett umsonst gemacht. Ich hab schon die Hälfte meiner Energie verloren. Ihr seht's hier nämlich da unten. Also merkwürdig an sich sieht das Spiel ja nicht so schlecht aus für die Verhältnisse, die wir hier haben. Es hat ja eine 63 Prozent Grafikwertung bekommen. Aber die Kollisionsabfrage mit dem von wegen, wann treff ich einen Gegner? Ich hab nicht eine besonders große Reichweite. Ich glaube, ich treff den jetzt. Ja, doch. Hab ich ihn getroffen. Items mitnehmen. Es ist ein Jump'n'Run. Ja, man kann springen und laufen und auch irgendwie angreifen. Aber so richtig geil fun macht es leider nicht. Wolfgang war es, ne? Wolfgang hat's in seinem... Ja, hier auch. Was wird denn draus hier? Okay, warum wird denn da so ein kleines Gnubbelmännchen draus, wenn das so ein stattliches Viking-Child ist, den ich normalerweise hier durch die Gegend kann? Die Gegner auch ganz... Ey, die laufen mit einer höheren Geschwindigkeit. Das heißt also, ich kann sie nicht vernünftig aufhalten. Ich versuch mal zu timen gleich, wenn der zurückkommt. Ja, oder kann ich hier rein? Ich hasse eine Tür wenigstens. Da auch im Shop! Was kannst du mir anbieten, mein Freund? Äh, ich hab 35 Gold. Oh, ich fordere eigentlich das Herz mitnehmen. Kann ich nochmal rein? Mein Freund. Äh, so. Äh, Shop mit Select vielleicht? Okay. Ich kann mir ein Herz leisten. Geil, gib mir ein Herz. So, kein Gold mehr. So viel Auswahl gab's dann nicht. Und jetzt hab ich 58% Energie. Äh, und die Musik hat aufgehört. Die Musik ist durch. Äh, das hatte mich schon gewundert. Ich dachte, das ist hier vielleicht... Oh, ich hab zu lange gedauert, den Level. Aber die fängt dann wieder an. Nach einiger Zeit. Äh, also ist man nicht komplett im Trocknen hier unterwegs. Aber jetzt fängt sie natürlich an, sich zu wiederholen. Äh, die haben die Gegner bewusst so ein bisschen schneller gemacht, damit man hier auch, du, das Timing, selbst wenn du's perfekt hinkriegst, gefühlt, läuft der Gegner... Hier, was war denn das? Ich hab den noch eindeutig getroffen, bevor der angekommen ist. Und Button Mashing bringt übrigens auch nichts. So, in dem Zusammenhang entscheidet das Spiel einfach, ob du getroffen wirst oder nicht. Na, und dadurch, dass die Gegner auch respawnen, wird's manchmal umso kniffliger. Da sehen wir... Ach, das war der Pilz, den wir, glaub ich, gesehen haben im Intro, der uns so komisch angegeifert hat. So, ah, hier komm ich natürlich nicht hoch zu dir, dann geh ich zur anderen Seite hier durch. Ähm, wir sind wahrscheinlich schon bei unserem zweiten Leben. Ihr seht, unsere Energieleiste ist auf 95 jetzt, rundegang 94. Oder soll es die Zeit sein? Nein. Die 600, nee, das ist schon unsere Energieleiste. 86 jetzt, wir haben wahrscheinlich schon ein Leben verloren, dass wir jetzt schon am zweiten Leben sind. Immerhin mussten wir nicht wieder von vorne anfangen. Äh, ich kenn viel, viel bessere Jump'n'Runs, ja, als das hier. Und vor allem auch auf dem Game Boy, was wir da eine gute Auswahl hatten. Hier, Alter, was ist das? Jetzt fällt er, jetzt fällt er wieder hier so runter. Pilz fliegt herum. Das ist eine extra ungeile Stelle, ne? Wenn wir hier das nicht... Okay, aber wenn wir das nicht perfekt machen, werden wir vom Gegner hier quasi runtergedrängt. Und ich springe mal jetzt, soweit es geht. Mal gucken, können wir rüber... Ey, auch das Springen, ich hätte wahrscheinlich so einen halben Kilometer vorher nochmal abspringen müssen, damit wir über den Gegner rüberkommen. Und die Gegner springen auch random ab und zu mal hoch, damit du bloß nicht irgendwie das abschätzen kannst oder einfach über die drüber springst. Nein. Du sollst schön dir deine Packung abholen. Darf der erste Level auch irgendwann mal zu Ende gehen? Oder so? Alter, was geht denn hier ab? Jetzt fällt es runter. Oh. Jetzt mach doch nicht so was. So, von wo ist da was einge... Oh, da können wir hoch. Probieren wir es mal. Ja, da ist so eine Spinne, die dann so aufschlaucht. Aber ich hier... Ah, warte mal, ist das eine Tür? Was haben wir hier? Och, eine Holdemarkt! Was gibst du uns hier? Herz und Feuer. Leider reicht es nichts für das Feuer unten, aber das hier können wir uns holen, was auch immer das ist. Geh mal raus. Ähm, Select. Select Weapon. Okay, ich hab drei von den Bomben, schätze ich mal, sind es, aber ich kann die nicht wirklich... Oh, ne, rein wollen wir nicht unbedingt, obwohl, natürlich eine nette Dame, die uns da begrüßt. Gehen wir mal wieder raus. Mal gucken, wie ich die Bomben einsetzen kann. Jetzt fällt er wieder runter. So, ähm, oben und angreifen. Unten und angreifen. Oh, unten und angreifen. Das ist... Okay. Wow, it's boss time! Und meine Bomben sind alle weg. Meine Bomben und mein Leben. You are too doomed! Es ist vorbei, mein Freund. Äh, es ist auch vorbei mit The Viking Child. Mehr hab ich keinen Bock. 80 D-Mark als Import. Nee, ähm, 26 Prozent ist natürlich schon sehr niedrig. Vielleicht kann man da irgendwo noch mal ein bisschen mehr Spielspaß rausziehen. Aber vertrauen wir da auf, Wolfgang, mit den 26 Prozent. Ähm, wir brechen eine Prozentgrenze mit dem nächsten Titel. Wir gucken auf das nächste Bild drauf. Wir sind nämlich bei einem Lizenzspiel, ähm, als Import getestet in der Powerplay 8 1990 von Henrik Fisch, geschätzter Kollege, hat's damals sich angeguckt. Mit 19 Prozent hat er gegeben für Popeye auf dem Game Boy. Ähm, Henrik schrieb damals, das, was sich hier auf dem Bildschirm abspielt, kann man nicht einmal als miesen Abklatsch des alten Automaten bezeichnen. Viel langweiliger geht's nicht mehr. Alter Automat im Jahr äh, Wann war der, ähm, Automat von Nintendo? Der war 1982, mein ich. 81 war Donkey Kong, 82 das. Ja, ich müsste doch mal genau gucken. Also, verglichen mit heute war das jetzt nicht so alt. Aber natürlich erwartet man da ein kleines bisschen mehr. Ähm, der Popeye-Automat, mein, die Geschichte drumherum, Popeye sollte eigentlich mal die Grundlage für Donkey Kong werden. Dann gab's aber ein eigenes Popeye-Spiel, was ein bisschen wie Donkey Kong war auf dem Game Boy. Das Game hier hat wenig mit dem Automaten, gar nichts mit dem Automaten zu tun, sondern nimmt die Popeye-Lizenz zu einem Pac-Man-artigen Spiel. Ja, immerhin, die Musik ist da, ein Intro läuft, äh, Sigma Enterprises, äh, in Japan im Port, wie ihr es hier gesehen habt, haben es gemacht, ähm, der komplette Test ist wirklich nur so ein kleiner Achtelseitentest hier. Ich kann den auch komplett vorlesen. 19% gab's von Hendrik, 19% auch für die Grafik, 34% für Sound, insgesamt 70 DM für den Import. Das, was sich auf dem Bildschirm hier abspielt, kann man nicht einmal als miesen Abglatsch des Automaten bezeichnen. Popeye rennt in einem Labyrinth umher und hat die Aufgabe, Olivia und das Baby zu finden. Auch Brutus rennt herum und versucht, Popeye zu vertrimmen. Eine herumfliegende Spinatdose gibt Kraft zum Prügeln, ein Herz sorgt für Punkte und der herumlaufende Wimpy verteilt Hamburger, die unpassierbare Hindernisse bilden. Viel langweiliger geht's nicht mehr. Ja, probieren wir es doch mal aus. Push the Start Button, push the button, don't push the button. Immerhin, zwei Spieler würden auch gehen. Äh, gehen wir mal drauf. Play, Acres und wir spielen Popeye. Da sehen wir es. Ich muss Olivia Öl finden und das Baby. Zwischendurch, ich glaube, Olivia könnten wir rechtzeitig finden und da läuft Brutus unten entlang. Wenn Brutus mich erwischt, muss ich ihm die Schnauze vermöbeln. Dann wird nämlich so eine Art Button-Mashing-Game herausgefordert. Hier zum Beispiel. Jetzt, seht ihr es da unten und, äh, ich hau mal drauf. Ich hab ja auch den Spinat, das sollte vielleicht besser gehen. Da ist Wimpy mit den unpassierbaren Hindernissen. Also ab und zu mal selbst. Mich wundert es ein bisschen, warum bin ich jetzt in diesem, ja, da hab ich Brutus mal ein bisschen gehauen, aber Olivia Öl haben wir jetzt gefunden. Den einen Teil des Level-Zieles. Äh, warum haut mich Brutus, wenn er unpassierbare Hindernisse, ich hab den Burger grad genommen, aber egal. Und wir nehmen das Herz da auch noch. Ah, ich kann mich schneller bewegen sogar mit dem Burger. Äh, warum konnte er mich Brutus hauen, obwohl ich eigentlich nicht direkt auf der gleichen Linie, wie er war? Wir hatten ja eigentlich die Bäume irgendwie unter uns abgrenzen. Ähm, jetzt muss ich das Baby finden, wo wir Olivia Öl haben. Da ist das Baby. Und ich glaub, das war der Level, oder? War das ein Level, ja. Einfünf Sekunden haben wir gebraucht, kriegen das auf unseren Score drauf. Und dann wird der nächste Level gemacht, der, meine ich aber zumindest ein anderes Layout hatte, oder? Ja, es ist zumindest ein anderes Layout, aber jetzt läuft's hier gleich ab. Ähm, ah, da, jetzt werden die Burger zu unpassierbaren Hindernissen, warum auch immer. Selbst Wimpy kommt nicht vorbei, nehmen wir den Burger wieder mit. Wieso konnte ich den Burger dann vorhin aufnehmen? Ne? Vielleicht ist es so, wenn, äh, Olivia in meinen Armen ist, dann kann uns kein Burger aufhalten. Burger Lars Dietrich. Hier? Ja, hier schon. Interessant, im ersten Level war's noch nicht so. Aber hier sind sie unpassierbar. Jetzt gucken wir mal, wo das Baby ist. Äh, ich hab nichts auch gegen solche Labyrinth-Spiele natürlich. Äh, muss aber ein bisschen was mehr bieten als das, was wir hier sehen. Da ist ein Keng... Kenguru hat mich gehauen. War das mein Leben jetzt hier? Und da kommt Brutus. Oh! Und jetzt wird hier da gekämpft. Natürlich, jetzt wird's nervig. So. Ich bin mir nicht sicher, ob das von... Olivia läuft einfach weiter, anstatt dass sie wartet, bis wir mal fertig sind oder so. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier Timing-mäßig drücken muss. Ich mach einfach Button-Mashing hier. Und eventuell reicht das für Brutus. Ich... Oh! Hat nicht gereicht. Ich glaub, der hat mich Game-Overt hier gerade, weil ich hatte auch keinen Spinat dabei. Also hat's das noch schwieriger gemacht. Ne, gar nicht Game-Overt. Kann er... Er nimmt... Er nimmt Olivia-Öl nicht mal mit. Sondern... Hat sich das Herz gegriffen? Wahrscheinlich die Energie. Oh, nicht noch mal! Muss das sein? Muss wahrscheinlich sein. Äh, Henrik, ich kann deine 19% nachvollziehen hier. Schau dir mal vor, ihr habt das aus Japan importiert, vielleicht auch keinen Test angeschaut und erwartet zumindest, dass es eine Umsetzung des Automaten ist. Ne? Zeit, äh, Seitenansicht mit diesen verschiedenen Leveln und so weiter, was eben an Donkey Kong angelehnt ist vom Gameplay her so ein bisschen. Und damit hat das hier natürlich relativ wenig zu tun. Äh, Regie, wir können gerne davon weggehen, weil ich hab keinen Nerv weiter, gegen Brutus zu kämpfen hier. Das muss nicht unbedingt sein. Heute. Heute zumindest nicht. Äh, 19% hat dieses Spiel bekommen. Könnt ihr glauben, dass ich hier noch zwei Spiele habe, die noch weniger als 19% bekommen haben? Ja, könnt ihr glauben, weil ich hab's grad gesagt. Und, äh, wir gucken auf das nächste Bild drauf und wir haben es wieder mit einer Lizenzumsetzung zu tun. Und zwar, hier müsste es eher auf dem Comic basieren, nämlich Robocop vs. Terminator. 16% Spielspaßwertung. Das Spiel war anscheinend so schlecht, dass, ähm, auf dem Test nicht der konkrete Tester genannt wurde, sondern, ich hab einfach mal Redaktion Maniac geschrieben, weil der Test war in der Maniac 2 1995 gewesen. Und ja, diese Crossover-Games können natürlich noch mal einen besonderen Anreiz für Fans beider Universen bieten. Robocop vs. Terminator hört sich ja nachher irgendwie Spaß an. Die Leute von der Maniac sagten dazu, oh, können wir's noch mal zeigen, bitte, Regie? Weil die Quote würde ich gerne noch mal sehen. Der Albtraum in Modulgestalt, Armutsgrafik sowie nervtötende Musik und FX, also Soundeffekte, runden die Katastrophe ab. Und dafür gab's 16%. Äh, ja, gibt's ja irgendeinen Sound im Hintergrund gerade? Glaube nicht, ne? Im Titelbildschirm. Äh, doch, da. Ist das, welches Theme ist das? Terminator ist es nicht. Robocop vs. Soll, wahrscheinlich ist Robocop vs. Terminator-Theme. Was sie ausgedacht haben. Äh, ein Drittelseitentest hier. Sehr kurz. 16%, 70 D-Mark. Keine weiteren Unterwertungen. Äh, Der Albtraum in Modulgestalt nach den mäßigen 16-Bit-Versionen sagt Robocop jetzt auch auf dem Gameboy dem Terminator-Konzern Skynet den Krieg an. Ihr zuckelt durch seitwärts scrollende Level. Hin und wieder dürft ihr springen. Dann wird euer Sprite nach oben verschoben und winkelt schüchtern das Sprungbein an. Also keine guten Animationen. Die Geschosse seiner Bleispritze sind kaum schneller als der Kriechgang des Cyborgs. Bevor sie einen Gegner erwischt haben, ist es meist um euch geschehen. Hat man dennoch einen Feind getroffen, taucht er nach gut Dünken wieder auf Armutsgrafik sowie nervtörende Musik und er fix runden die Katastrophe ab. Interplay. Hm. Auch, oh, Orion Pictures natürlich. Dann die, äh, entsprechend die Rechte eingebunden haben. Unexpected Development hört sich eher wie eine Fehlermeldung an, aber es ist das Entwicklerteam. Haben wir Carrie Hammer nicht schon den Namen irgendwo gesehen bei einem der anderen Spiele hier? Der hat auch schon eins der anderen Spiele hier programmiert. War es super, Chase HQ? Also wir hatten den auf jeden Fall hier auch schon mal, meine ich, oder zumindest hieß er sehr, ähnlich. Äh, lass uns mal reinschauen, was das hier bedeutet im Spiel. Detroit on Patrol, da ist er. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Aber vorbeikommt der Robert Cobb. Ne? Mit dem Flusensieb am Ohr. Kann er alles hören. Dann fängt das Spiel an. Da ist er. Also, ja, beim Springen. Okay, ja, er winkelt das Sprungbein an. Das hatten wir gehört. Und das Sprite wird so ein bisschen nach oben verschoben. Ich kann schießen mit RoboCop. Immerhin, hey, ganz cool. Man sieht sogar die Hülse, die Patronenhülse, wie sie rauskommt neben der Kugel. Ähm, ich kann auch nach oben schießen. Leider nicht nach unten, ich kann mich ducken und schießen. Kann ich diesen Müllheim auch machen? Nein. Ähm, ich muss echt aufpassen, weil da sind Gegner, die aus dem Fenster schießen und die erwischen mich dann natürlich sofort. Da oben ist auch einer. Äh, es ist ein bisschen schwierig, den Gegnern hier auszuweichen, weil du nur diese Schräg, Schrägschussoption hast. Ich darf natürlich auch nicht ins Feuer geraten, weil mich das dann Energie kostet. Alter, und da oben ist er aufgetaucht. Äh, hier im brennenden Detroit liegt wahrscheinlich daran, dass die Lions jetzt nicht, äh, in den Super Bowl gekommen sind, falls ihr es, äh, zum Release-Zeitraum anschaut. Die Lions haben es ins Conference Final geschafft, nach langen Jahren, zum ersten Mal, glaube ich sogar, seit sehr vielen Jahren und, äh, leider dann nicht, haben es nicht in den Super Bowl geschafft. Aber dass, dass es in Detroit gleich so abgeht, weiß ich auch nicht. Robocop kann sich hangeln. Er kann leider nicht, kann er hochspringen? Nein, er kann sich hangeln, aber er kann nicht hochspringen. Äh, natürlich der größte Feind von Robocop sind, äh, die, äh, Spinnen. Hier, äh, überall herumfläuchen. Dürfen wir uns nicht davon berühren lassen. Und natürlich, ich, wie, jetzt kann ich sie nicht treffen. Ich kann nicht schräg nach unten schießen. Habe ich die Möglichkeit, ich drücke mal auf Start, das ist nur Pause. Also viel mehr Möglichkeiten habe ich nicht. Ich muss wohl irgendwie da ausweichen. Es geht schon irgendwie, irgendwie, aber auch nicht so, wir werden es gleich sehen, weil wir wahrscheinlich hier unsere, all unsere Energie hier verlieren. Oh, und wir hören es hier schon. Ups, jetzt ist Robi wieder runtergefallen. Können wir die Spinne hier wegen sie wegpacken, so dass wir uns rüberwuchten können. Kann ich, oh, ich kann immerhin halten und schießen mit einer Hand. Wow, was macht denn der Kollege hier? Komm ich hier rauf? Wo kommst du denn hier nochmal her? Die respawnen ja die ganze Zeit. Das ist unnett. Und natürlich, die Abwasserkanäle unter Detroit, da lassen wir uns natürlich auch von Treibgut treiben, damit wir überhaupt weiterkommen. Ähm, oft bei solchen Lizenzspielen, wenn es nicht Robocop vs. Terminator gewesen wäre, das hätte natürlich auch eine andere Hauffigur sein können. Und hier ist nicht mal was. Hier ist nicht mal was. Wahrscheinlich muss ich das nur machen, damit ich mich hier hochwuchten kann, um wieder zurückzukommen, weil sonst komme ich nicht an die andere Seite. Ähm, da hoch. So echt diesen ganzen Schlüssel machen, damit wir überhaupt hoch können. Oh Gott, oh Gott. So, ich hoffe mal das Beste. Ah, er hat festgehalten. Okay, sehr gut. Hier nochmal rauf können. Also es kann gut sein, dass diese Spiele werden dann so gemacht und programmiert, dass, äh, ja, in der Theorie auch mit anderen Figuren das gemacht werden kann. Aber hier haben wir immerhin die Robocop-Lizenz, also können wir, äh, da uns so ein Spiel genehmigen. Äh, Oh oh. Ah ne, meine Energie ist hier ganz gut. Und wir haben es immerhin zum Ende des Levels geschafft. Detroit OCP Factory. Äh, ja, der Manic-Redaktion, also soweit die dann gespielt haben, der hat's nicht so gut gefallen, die 16 Prozent hier. Ich find's ein bisschen besser als Viking Child, aber das macht auch nur der Anfangseindruck, wo ich hier gespielt habe. So lange hab ich's jetzt nicht gezockt. Es gibt auch viel schlechtere Robocop-Spiele, es gibt aber auch viel bessere Robocop-Spiele. Robocop Rogue City ist im Jahr 23, richtig geiles Game. Wirklich richtig gut. Einer meiner Favoriten in dem Jahr gewesen. Kann man sich als Robocop-Fan sehr, sehr gerne geben. Äh, ansonsten die Arcade-Games von, war's Taito? War's Sunsoft? Ich weiß nicht, wer die Arcade-Games gemacht hat. Da gibt's auch zwei ganz gute Robocop-Games. Ansonsten wird's schwierig. Gerade, wenn man solche, äh, Nolpenherz. Immerhin, die haben sich Gedanken ums Level-Sein gemacht. Warum kann Robocop nicht nach unten schießen? Warum kann er nicht nach unten ballern? Wow, jetzt kann er nach unten ballern. Schau's euch an. Okay, geil, jetzt komm. Oh, Alter, wie komm ich da hoch? Oh. Ah, ich muss auf den Müll rauf. Ah, I get it. So. Ähm, ist das okay. Ich dachte, kann ich durch den, kann ich im Schacht dann noch, hält mich das runter? Nein, ich komm dran vorbei. Es ist nur Hintergrund-Deko, zum Glück. So, vorsichtig. Also, ich muss auch ein bisschen aufpassen hier. Äh, ja, mir macht's, mir macht's mehr Spaß als Viking Child. Muss aber nicht so viel heißen. Vielleicht liegt's auch daran, dass ich gerade gar nicht mal so schlecht Fortschritt hier mache. Ah, meine Special-Waffe ist weg. Oh, Laser bei OCP. Und jetzt bin ich wieder runtergefallen. Oh, oh. Äh, warum bin ich jetzt nur bei OCP unterwegs? Ich dachte doch, dass ich, äh, gegen Skynet kämpfe. Vielleicht muss ich mich erst mal durch Detroit arbeiten, bevor ich dann rüber darf. Wo hat Skynet seinen Sitz? L.A.? Ja, ne? Da wieder ein bisschen Energie aufgenommen. Wir gucken mal, wie weit wir hier kommen. Ähm, habt ihr das Game mal gezockt? Äh, hattet ihr das, äh, euch bei mir? Weil es kann ja auch ... Ich meine, wir lesen jetzt hier die Zeitschriftentests, ne? Wir schauen uns das an. Und das sind natürlich professionelle Tester, die es ein bisschen anders beurteilen können, als jetzt der Otto-Normalspieler, der das Spiel vielleicht tatsächlich aus der Grabbelkiste mal mitgenommen hat oder von den Eltern geschenkt bekommen hat. Nee, hier können wir ... Oh Gott, hier können wir nicht durch. Ähm, also kann es sehr gut sein, dass es für manche von euch da draußen vielleicht sogar ein richtiges Kindheitsspiel ist. Also 16 Prozent kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen. Das würde mich mal interessieren, wenn jemand so dabei ist von euch. Sag mal, ich bin da doch durchgesprungen! Das hat 0 Prozent verdient. Nein, nein, nein. 0 Prozent verdient. So, ich muss nur besser springen, ne? So, vielleicht zur anderen Seite. Natürlich nicht. Erstmal die Gegner weghauen. Und ... So, 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 das reicht ja. Ja, endlich. Komm, erreiche ich das Ende noch? Richtig langer Level. Es gab ein Robocop-Game für den C64. Wirklich? Oh, das ist der Terminator, oder? Das ist der Terminator schon. Ich terminiere dich. OCP? You don't know me. Oder ist es einfach ein anderer? Ja, schaut euch an! Ich hau ihm sein Exoskelett raus, aus seiner künstlichen Haut. Das ist nicht mal so ein schwerer Terminator. Oh, nach und nach! Wieder freigelegt. Verdammt, ich hab grad Spaß mit dem Spiel. Was soll das? Das ist doch ein Endes Trash! So, aber ist auch sehr langwierig. Oh, und jetzt ist nur noch das Skelett raus. Und hat eine recht hohe Spiel... Oh, der läuft jetzt auch sehr schnell. Naja, er ist ja auch um der Haut befreit. Die muss er nicht mehr mit sich tragen. Oh, und... Oh, jetzt wird's aber anstrengend hier. Oh, ich möchte mich nicht von dir treffen. Das kommt, das müssen wir mal schaffen. Und... Durchgespielt! Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Kann ich jetzt einfach vorbei? Und wo haben wir's hingeschafft? Es war einer der Terminator. OCP Factory Part 2? Kannst du nicht mal ein bisschen was anderes sein? Wie sieht die denn aus? Das wollen wir wenigstens noch sehen. Wahrscheinlich genau wie die erste. Jetzt mit noch mehr Hindernissen. Genug gespielt. Es reicht. Robocop vs. Terminator. Ich hätt vielleicht 17% statt 16% gegeben. Das kann man ja durchaus bestimmt sich noch mal geben, wenn man absoluter Robocop-Fan ist. Nichtsdestotrotz. Ein Spiel hab ich für euch noch über. Und jetzt gehen wir tatsächlich in den einstelligen Prozentbereich. Und was hatten wir bisher? Wir hatten bisher Lizenzumsetzungen. Wir hatten Action-Spiele, Puzzle-Games und so weiter. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, es ist ein Sportspiel, was wir gleich sehen werden. Aber was für ein Sportspiel? Es gehört eigentlich zu einer der erfolgreichsten Serien überhaupt. Auf dem Gameboy hat es aber 9%-Punkte bekommen. Und zwar FIFA. FIFA International Soccer. Test in der Mega-Fun. 5 1995. 9% von Götz Schmiedehausen getestet. Ja, das klassische FIFA, was die Serie quasi angefangen hat, wurde auch auf den Gameboy umgesetzt. Götz hat dazu geschrieben, überhaupt ist es ziemlich traurig, dass ich, ein FIFA-Fan vor dem Herrn, dieses Teil in der Luft zerreißen muss. Was für ein Gurkenspiel. Ein bisschen tut's mir. Auch in der Seele weh, muss ich sagen. Denn FIFA hab ich damals recht gern auf dem Megadrive gespielt. War eines der Spiele, die ich gern gezockt habe. Aber was kann denn daran so schlecht sein, dass wir 9%-Punkte da kriegen? Gehen wir was hingehen rauf. Da läuft es. Ich lese euch mal den ganzen Test hier vor. Das war so ein Achtelseitentest hier wieder, ohne separaten Fazitkasten. 9% Maliwu-Games haben's umgesetzt. Für einen Spieler ist hier vermerkt, also kein Multiplayer-Modus wohl schon mal mit Linkkabel, was natürlich ein Totschlag-Argument ist für so ein Fußball-Game damals. Bewehrte nie ein Spiel nach seinem Cover. Von Amts wegen hätte FIFA auf dem Gameboy ein brillantes Überspiel werden müssen, ist es aber nicht. Dagegen gehört es in die unterste Schublade. Auf den Mond geschossen und unsere Leser davor gewarnt. Taktik, Spielaufbau, Ballstoppen, kombinieren, das alles sind Fremdwörter für die Programmierer aus dem Hause Malibu Games THQ. Und anscheinend auch für den HSV in den letzten Jahren. Das hab ich jetzt mit beigepackt. Dagegen hüpft ein seltsames Gebilde auf dem Spielfeld herum, das sowieso macht, was es will. Was Statistiken und Aufmachungen angeht, so konnte man die Original-Atmosphäre noch passabel einfangen. Jedoch, kaum tönt der Anpfiff, vergreift man besser die Flucht. Die Pässe können weder gezielt gegeben noch angenommen werden. Das Scrolling ist so flüssig wie Butter am Nordpol. Und überhaupt ist es ziemlich traurig, dass sich ein FIFA-Fan vor dem Herrn dieses Teil in der Luft zerreißen muss. Was für ein Gurkenspiel, Punkt. Wir machen auf Deutsch, wir können auf Deutsch machen. Natürlich, von 9% kriegen wir Deutsch hin. Wir nehmen natürlich Deutschland. Ah, Deutschland gegen Griechenland. Komm, machen wir mal. Immerhin sehr viele Teams. Deutschland-Griechenland, Halbzeit, 4 Minuten. Machen wir mal kürzer, aber ich glaub nicht, dass wir ein ganzes Match hier ertragen. Drücken auf Start. Wir spielen mit Germanien natürlich. Äh, die Ratings sind schon ein bisschen unausgewogen. Deutschland sehr viel, 9, 1,8 fürs Laufen. Die Griechen, na ja, mit einer 6 ist auch getan. Aber der Torhüter, für den reichen drei. Ne? Schon in Ordnung. Äh, Teamstrategie, Spielausbau, Teamausstellung. Wir gucken mal, wie die Spieler hier heißen. Das würde euch mal interessieren. Äh, J. Schwarz, Erik Freitag, Peter Klaus, Karl Snyder, Tetola, Dieter Mayer, Rudi Janz. Natürlich keine richtigen Spieler da. Äh, Heiko Klingel, Hans Klingel, F. Mainz. Brian Plank, an den kann ich mich erinnern. Mit dem, also ich hab ja auch FIFA auf dem Megadrive gespielt, wie gesagt, Karl Picknell, H. Schmidt, J. Porsche, S. Reicher, Robert Kurz, M. Burger, Jofferson, D. Mauer, J. Klein, M. Hochstall sind die, äh, Spieler, die wir hier haben. Wir, kommen wir hier raus. Kann ich den, die Griechen dann sehen? Egal, machen wir Spielstart. Ähm, auf den ersten Blick, es sieht aus, wie das isometrische FIFA, wie man's kennt. Leute, das ist der Sound des Spiels. Also, Musik und sowas, klar, muss man nicht unbedingt haben. Wir wählen den Ball mal und die wählen die Seite. Ähm, das sind alle Sounds, die ihr hört. Also, nichts außer mal so ein Pistolenschuss oder was auch immer dieser Sound sein soll. So, ähm, ich bin das deutsche Team. Dass das Team hier ist? Ich glaube, ja. Wobei, das müsste eigentlich andersrum sein. Denn das deutsche Team würde ja weiß tragen und die Griechen dann eher dunklere, blaue Kleidung. Egal. Ähm, ja, ich muss erst mal gucken. Ich kann natürlich dann meinen Charakter oder den Spieler, der nah am Ball ist, dann wechseln, indem ich den Knopf drücke. Ansonsten kümmert sich der Computer da drum. Ähm, wie Götz auch schon geschrieben hat im Review, so ein bisschen, ich hab nicht das Gefühl, dass ich hier vernünftig eine Kontrolle über alles hab. Ne, also, ab wann rutsch ich rein? Ich hab ein Testspiel gemacht, daheim. Und ey, ich hatte überhaupt kein Gefühl dafür, wann schieß ich mit dem Ball? Wann kann ich eine Grätsche machen, dass der ... Äh, das ... Na komm. Ey, in den Gegner reingrätschen wird's superschwierig und so weiter. Also, wann mach ich eine Grätsche, wann nehm ich den Ball dem ab? Äh, und ... Es hätte auch eine selbstablaufende Demo sein können. Ne? Es sieht wahrscheinlich am Ende, trotz der sehr niedrigen Framerate, besser aus, als es die 9 Prozentpunkte in den Aussagen, die es bekommen hat. Aber meine Güte, geil ist das nicht. Äh, wenn wir auf dem Super Game Boy gespielt hätten, immerhin, es gäbe ein spezielles Super Game Boy Farbschema, äh, dass man's entsprechend erkennen kann, und einen super Game Boy-Rahmen mit so ein paar Fußbällen und den FIFA-Logos oder so, dass er also zumindest ein bisschen mehr Farboption hat. Na, komm, komm, komm. Eigentor, fast. Halbzeit, jetzt ... Ach ja, ich hab die auch nur ganz eingestellt. Vielleicht bin ich doch die Weißen, ich bin mir nicht ganz sicher. Mein Eindruck war, ich beweg eigentlich die mit den dunkleren Trikots, aber vielleicht bin ich doch die mit den helleren. Ich kann's echt nicht sagen hier. Das macht's schwierig. Ich würd gern ein Tor sehen. So, eigentlich ... Okay, wir müssen eigentlich die dunkleren Trikots sein, weil auf der Seite ... Ja, und ich wechsle ja auch mit den dunkleren Trikots. Aber ich bin am Ball vorbeigelaufen. Wie das zuckelt und juggelt hier. Ähm, es waren übrigens auch ein paar andere Fußballspiele noch, die sehr niedrige Prozentpunkte bekommen haben, aber keins so niedrig wie die FIFA-Version hier. Das ist aber auch jetzt natürlich die gesonderte Meinung von Götz in der Mega-Fun. Ich hab keine anderen Tests dazu gefunden. Vielleicht haben sich andere Tester ein bisschen gnädiger dazu geäußert. Sag mal. Jetzt komm mal. Ja, komm, komm. Ich mach zumindest noch mal eins. Bei meinem Testspiel hab ich gleich vier Tore reinbekommen. Ich bin ganz stolz, dass jetzt gar keine Tore bisher gefallen sind. Und das, obwohl ich ... Na gut, es lag wahrscheinlich daran, ich hab England gegen Brasilien gespielt. Puh. Ah, da ist das Tor. Jemand hat ein Stück Papier abgerissen. Ähm, dementsprechend sind die nicht so gut geeignet gewesen. Da, wer hat das Tor gemacht? Mal gucken. Da die Hula-Tänzerin, das kennt man auch noch von Mega 3 Fair. Unter anderem. Super Nintendo natürlich auch rausgekommen mit anderen Plattformen, das Spiel. Natürlich der gute alte Kostolakis. Kostolakis hat einen Torakis gemacht. Direkt das 1 zu 0akis. So geht das. Komm jetzt hier. Zieh mal rum. Mach mal dem Tor. So. Hier. Ich hau auf die Tasten drauf, als ob es keinen Morgen gäbe. So. Passt vor. Oh. Mach mir alle fertig, ey. Ich weiß, warum ich dann viel mehr bei den Konami-Fußballspielen gewesen bin. Jetzt zimmern die Augen. Ah, nee, ich hab noch mal gerettet. Das ist übrigens das Publikum. Keine Dose Bohnen, die da ausgelaufen ist. Alter, wie das zuckelt dann auch, wenn ganz viele Spieler in einer Hälfte drin sind. Beim Eckstoß hat man das aber natürlich. Na? War nicht standardmäßig bei FIFA auch unten ein Radar? Oder ist das jetzt extra für hier abgeschaltet worden? Ich weiß es nicht ganz. Ich weiß es nicht ganz. Ich mach mich um. Katawanaki! Alexandros Katawanaki. Mach das weg. Obwohl, nein, Moment, Moment. Wir haben gleich die vier Minuten. Acht Sekunden geben wir uns noch. Vielleicht schaffe ich ja noch den Ausgleich. So, ja, geschubst den Griechen weg. Griechenland siegt. Griechenland hat gewonnen. What a terrible game! Awful! Ganz, ganz schlimm. Neun Prozentpunkte hat es gekriegt in der Megafun 95. Leute, das war mal eine Übersicht an Endless Trash vom Game Boy. Gerne auch eure Endless Trash-Spiele unten da rein. Als auch, wie gesagt, eure Meinung zu den Spielen, die wir hier gesehen haben. Habt noch einige Systeme offen. Wir können natürlich auch vergleichende Folgen dann von anderen Konsolen machen. Es gibt ja sehr viel Endless Trash, den man mal auf den Prüfstand geben kann. Nicht bei allen Spielen hätte ich gleich der super niedrigen Wertung hier zugestimmt, aber bei einigen. Finde ich schon sehr nachvollziehbar, dass da in die Region hier gegangen wurde. Ansonsten, Leute, wir haben es natürlich schon gesagt, hier über Bücher und Shirts und sowas. Checkt dann die Videobeschreibung aus. Was ihr natürlich gerne auch schon machen dürft, ist in den Supporters Club eintreten. Da könnt ihr unter anderem den Retro-Club-Sendungen wie dieses supporten unter diesem Link. Für all die Leute, die es schon machen, die es möglich machen sollen, solche Formate wie die hier umzusetzen, sagen wir selbstverständlich extra Danke und Tschüss und erholt euch. Die Videobeschreibung aus. 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 Die Videobeschreibung aus.